Hallo meine lieben Freunde, heute gibt es euch einen richtig guten und wertvollen Tipp, falls ihr euer Smartphone in der Wohnung mal verlegt habt. In diesem Fall könnt ihr mal Alexa darum bitten, euer Smartphone anzurufen, damit ihr euer Telefon schneller und einfacher findet. Let's go! Alexa, ruf mal ein Telefon an. Die Alexa-App wird auf Jens Telefon angerufen. Dann, wie ihr seht, dann wird das dann auf eurem Display angezeigt. Und ihr hört auch euer Telefon und könnt somit euer Telefon viel schneller und einfacher finden. Total cool und auch praktisch. So, Alexa? Stopp! Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Trick helfen und ciao!